Er ist der jüngste Chef, den die spanischen Konservativen je hatten und stand lange für einen deutlichen Rechtskurs seiner Partei. Pablo Casado, Präsident der Volkspartei. Der 38-Jährige fuhr bei den Wahlen im April mit knapp 17 Prozent der Stimmen das schlechteste Ergebnis in der 30-jährigen Geschichte der ehemaligen Regierungspartei ein. In den vergangenen Monaten änderte er seinen Ton. So nahm er von persönlichen Beleidigungen gegen Regierungschef Pedro Sánchez Abstand. Wollte der Unterstützer der Monarchie und katholischen Kirche im Frühjahr noch mit einem harten Kurs gegen Einwanderung und Abtreibung die Bedrohung durch die rechtspopulistische Partei VOX abwenden, setzte er jetzt auf eine Annäherung an die Liberalen. Casado ist mit einer Psychologin verheiratet und Vater von zwei Kindern. Der Anwalt trat mit 22 Jahren in die Volkspartei ein und gilt als politischer Ziehsohn des strikt konservativen ehemaligen Ministerpräsidenten Asnar. Im aktuellen Wahlkampf warb er unter anderem für Steuerkürzungen zur Stärkung der Wirtschaft und kritisierte Sánchez Umgang mit den Separatisten in Katalonien als zu lax. So will der konservative Hertha gegen die Unruhen vorgehen, indem er die katalanische Polizei dem spanischen Innenministerium unterstellen will. Dankeschön. 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 Dankeschön.